Jetzt sind wir am Strand in Thailand. Oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh. Oh, oh, all I need. Oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance. Oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh. Wir sind jetzt am Strand, genießen die Zeit hier, da hinten ist auch Tarzan, Tarzan ist auch schon unterwegs und sind jetzt ganz froh, dass wir mal ein bisschen weniger Tempel da haben und ein bisschen entspannen können am Strand und freuen uns auch auf die nächsten Tage, denn wir haben einiges geplant an Inseln. Ja. Und Entspannung. Aber nicht zu viel Entspannung, wir machen ein bisschen was vor. Wir hatten ja jetzt viel Tempelbesichtigungen und Städte. Und Tempel. Und Tempel und Tempel und Tempel und Tempel. Und freuen uns jetzt total auf ein bisschen Entspannung und Sightseeing-Programm in der Natur. Uh, so warm. Jetzt schauen wir mal, was es hier sonst noch in der Umgebung gibt. Oh, oh, oh. Wir sind jetzt noch schnell am No Parat-Pah-Not-No-Weil? Wir sind jetzt noch schnell am No Parat-Tara-Beach. Bleiben aber nicht so lange, weil jetzt die Mittagssonne ziemlich rausknallt und dann gehen wir lieber heute Nachmittag nochmal, wenn die Sonnenempfindlichen dann auch wieder ans Tageslicht können. Genau. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir wollten eigentlich nur die pralle Mittagssonne auslassen und kurz aufs Zimmer gehen, um zu duschen. Und dann haben wir uns gedacht, es wäre gar keine schlechte Idee, vielleicht uns kurz hinzulegen. Ja, jetzt sind fünf und einem Stunden vergangen und es ist abends Sonnenuntergang auch vorbei. Na ja, jetzt gehen wir noch was essen. Wir haben schon einen Tisch reserviert in einem ganz coolen Restaurant. Wie heißt das? Jungle Kitchen? Jungle Kitchen. Jungle Kitchen. Dann schauen wir mal, ob die Cuisine doch so abenteuerlich ist wie der Name. Wir haben, als wir vorhin den Mittagsschlaf gemacht haben, festgestellt, dass wir hier eine Schnarke im Zimmer haben. Und sind jetzt auf verzweifelter Jagd. Aber ich glaube, sie hat Glück. So, komm. Hast du erwischt? Nein. Da war sie. Da war sie. Wir haben hier eine Schnarke. Da. Da. Da ist sie da rumgefilmt. Da hier jetzt doch ganz schön viele Moskitos rumfliegen, lassen wir, wir testen mal unser Travel-Moskito-Netz und zeigen euch mal, wie das so funktioniert. Jetzt ist das Moskito-Netz aufgebaut. Jetzt können wir hier ganz... Opa, das ist ein bisschen aber auch nah. Jetzt haben wir unser Moskito-Netz aufgebaut. Das ist so steuer. Moskito-Netz ist aufgebaut, jetzt können wir in Ruhe schlafen. Und dann schauen wir mal, was wir morgen so machen.